waksch Ich glaub ich hatte in Warzone 2 noch nie Totenstille an Feindliche Drohne aktiv Er liegt hier, oder? Nee Bamm Feindliche Drohne über uns Alter, was im Timing What is that sound, chat? Hey, I'm stand by Feindliche Drohne aktiv Nee, ich hab noch nix neues bekommen Verbündeter Präzisionsluftschlag im Anflug CD hat getwittert, was hat CD getwittert, als ob CD am twittern ist Guter Junge ist auch da, moin Julian, was geht? Jungs, Geld Moin Laser, was geht? Woow, 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 warum bin ich denn jetzt ein retard? WTF? Ich mach nen ganz normalen Kill, ich werd als retard beleidigt, hey, come on Feindliche Drohne im Einsatzgebiet Wollte elch auf PayPal gucken? Vielleicht, vielleicht. Ich nutze tatsächlich Paypal gar nicht mehr. Ah, mei. Über mir, ne? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Es kracht. Aber alarmiert ist echt buggy, ne? Es geht durch die Wand. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Gebrüben benutzt. Alles gut. Alter, was ist mit dem? Ich sollte mal duschen, heißt er. Okay, man. Na, na, na. Da, na, na, na. Der wird man bei Dings nicht angezeigt mit Schnappschuss mit diesem Perk? What the fuck? Ich weiß nicht, wie man hier sonst aufs Dach kommt, wir machen es einfach anders. Mama Ray Snow Puzzle. Es kracht beim Teammate, er ist guter Junge, ist am Krachen. Ich glaube er ist AFK, oder? Glaubt ihr, dass er AFK ist, soll ich ihn überhaupt reviven? F***ing, F***ing, F***ing. Der ist nicht mal AFK gewesen Chat, ne er ist AFK. Drei Kugeln Eis, love that. Jo, who the fuck ist das geil? YouTube Cypher Chat, der echte. Wir haben den Rest geordnet. Reind erledigt. Den Rest des Trucks mit der Taksikkarte aufspüren. Muiiu. Muiiu. Beheel ausgeschaltet, markieren den Rest von Ihnen. Muiiu. falscher ehrgeiz das zu challengen die sind gut keine muni mehr und keine wurf mehr so sonst hätte ich glaube ich überlebt schade guter Junge hält die Stellung mitten mitten auf der map neben einem shop ist so geist krank mit glied ist wieder in position guter Arbeit schlussverkauf aktiv vorratstation preise angepasst ok immer wichtig immer erstes loader dann muni box weil ach du scheiß einfach von dahin ja ja holly shit roh not reviving you chap Oh nein, nein, ich habe keine Koffer gemacht, was du sagst. Warum habe ich die ganze Zeit Kyle reden, den Bro? Wir müssen uns nicht beschreiben. Ach du Scheiße, das ist krass. Der, die pushen auch nicht, die haben zwei Leute noch, hä? Ach du Scheiße, okay. Ich verstehe jetzt auch warum. Achtung, es sind noch Teammitglieder außerhalb der Sicherheitszone. Bro, was machen die? Ich sehe die halt wirklich nicht mal, ne? Kein Druckmitglied ist wieder in Position. Gute Arbeit. Ah, bitte nicht auf mich schießen. Ach du Scheiße, Digga, ich bin zwischen tausend Leuten, seht ihr das? Oben links, alle gucken auch nur zu mir, ist das geil. Plates habe ich auch keine mehr, Chat. I'm out of plates. I'm out of plates. Yammer hitst du deinen für sieben Monate mit Prime. Okay. Thank you very, very much. Thank you very, very much. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten. Feindaktivität. Das Gas nähert sich dir. Die haben Armorbox geused und laufen jetzt hier weg, oder was? Achtung. Ein halbes Team ist... ...der Feindaktivität. ...der Feindaktivität. ...der Feindaktivität. Gut gemacht. Feindaktivität. Chat, das ist ja so creepy gerade. Okay. Ist die Serie The Boys eigentlich gut, Chat? Ich habe immer nur gehört, entweder sehr krass oder so geht es so. Also ich habe eigentlich entweder krass oder schlecht. Ich habe nie so mittel. Immer so entweder richtig krass oder halt nicht gut. So eine Serie, ich glaube, die mag man entweder komplett oder halt gar nicht. Crazy, play jetzt hier, Chat, von uns. Nein, das kann jetzt nicht sein. Mein Pech, mein Pech. Ich habe keine Granate. Einige Team sind wieder zu Hause, in die Heizzone. Wir sind getroffen. Scheiße, was ist meine? Oh mein Gott. Guck mal, wie die Leiche da gerade runtergeflogen ist. Digga, wir können ja noch so viele Leute leben. Bro, wir leben noch so viele Leute. Bro, das mit dem Dusch, die Wände, Buggy, ist so nervig mit, ähm, alarmiert. Digga, komplett krass, was er gerade gemacht hat. Jetzt sterben alle, wie die fliegen. Wir machen den Überplay. Wir warten kurz. Oh. Oh. Also, dass man da nicht durchschießen kann. Come on. Come on, bro. Feuern mich meine Teammates, die die ganze Runde nichts gesagt haben, gerade an. Ich denke, dass ich mehr mächtig hätte, das hätte gehen können, ich hätte auch das mal ein. 1, eine 1 und 1v2, also ein Duo und ein Solo. Ich brauche eine Maske, ich brauche so bad eine Maske. Die sind halt auf dem Dach, ne? What can you do? What can you do? Sind halt 100% auf dem Dach, ne? Ach du Scheiße. Wo ist denn der andere? Die müssen fighten und da muss ich komplett busy getten. Ich bin tot. 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 Ich habe es gesagt, wir haben 40. Ich verstehe nicht, guter Junge bei der AFK, warum wird er nicht gekickt? Eigentlich wird man doch gekickt, oder nicht? So, ich habe es gesagt, wir haben 40.